so meine lieben und vielleicht auch bösen weiß ich ja nicht es war jetzt schon länger angekündigt man wollte das angrillen machen am eigenen grillplatz wir haben sogar noch jemanden dabei aber jetzt erst mal feuerchen so was sollte reichen schön mit dem flüssigen grillanzünder langsam der zieht jetzt gleich einmal ein feuer im wald ist zwar richtig dreist aber dann machen wir jetzt gleich schön lecker sachen auf dem grill drauf er kommt jetzt hier drüber kann er nämlich schon mal desinfizieren einfach nur durch hitze so in dem notfall stellen wir den gleich ein bisschen höher aber hauptsache jetzt brennt er erstmal schön durch die kohle brüht jetzt auch durch machen wir erstmal ein bierchen auf du sagst du machst oi bester mann da brauchste ich habe auch noch ein feuerzeug irgendwo da ist auch ein feuerzeug immer guter bedanke ich mich so jetzt noch ping ping von dir das weiß ich bei dem ist auch schon ein stückchen da vorne raus also wenn er jetzt anfängt zu ziehen aber richtig outdoor man so vor allen dingen so mitten im wald so da hinten hörst du irgendwo die autobahn aber wir haben natürlich ein paar leckerchen dabei soll sich ja lohnen wir haben einmal schön kartoffeln und tomaten in einem dressing dann haben wir wie du haust jetzt hier ab nicht mitten im video dann haben wir noch einmal tomaten und kartoffeln in einem anderen dressing dann gibt es gleich lecker standard rostbratwürstchen weil warum erstmal nicht aber weil das alleine natürlich nicht reicht hallo bleibst du bitte da stehen jetzt doch noch nicht man muss erst mal fit werden so übertreib mal und dann gleich schön die leckeren einfach weil man so ausprobieren wollte so ja hier ist überhaupt gar nichts vergiftet wovon redest du so vor allen dingen der kann auch schön luft ziehen von den seiten weil die steine haben alle ihre löcher passend ja ich habe da mal gesagt wenn ich irgendwas sage dann wird das passieren jetzt haben wir eine schöne feuerstelle mitten im wald die wird auch schön warm die ist da immer der feuerteufel und sogar schöne sitzplätze er sitzt auch ich habe zu hause ein richtiges geschirr dafür eigentlich ist dafür für einen kaminofen also hätte ich gut hingestellt so na dann wäre ein bisschen üppig so ja egal so schön mit Schippe, Schirrhaken jetzt gleich erstmal warten bis er durchgebrannt ist dann stellen wir das noch ein bisschen höher oder wir verteilen die kohle ein bisschen nach vorne aber qualmt wenig das ist auch schon mal schön weil soll ja keiner sehen so ist gut ja außerdem wenn da hinten in der ecke ist das klo das war ja der plan eigentlich da mache ich auch noch eine toilette fertig so muss ich noch ein paar ziegelsteine besorgen dann so eine toilettenbrille so was ich draufsetzen kann und fertig ist immer so der plan muss laufen so weil wenn wir jetzt schon einen grillplatz haben dann müssen wir irgendwo da hinten auch schön scheißen können so nein du kannst doch nicht immer scheißen nach hause so das dauert doch nicht ich wohne hier im Wald ja du aber ich nicht ich ja aber guck mal wie soll ich gesagt habe es gibt einen grillplatz im wald jetzt haben wir einen grillplatz im wald dann sollten sich auch manche leute ein bisschen gedanken machen weil wenn ich denen gesagt habe ich komme nach münchen und frankfurt und bremen und haue ich auf die fresse das kann auch noch passieren so weil ich habe halt gesagt so ja ne also eben vielleicht kommt der mit oder jemand anderes oder er ist nicht dabei er ist nicht dabei er ist nur der zeuge dass ich nicht dabei gewesen bin ja ne weder er noch ich weil wir saßen hier zusammen hier im Dings oh leckerchen ein leckerchen einmal mit dem Likörchen ja jetzt erstmal noch wir haben mal was anderes als ihr sonst kennt von meinen Videos so nicht immer nur am reingrillen der Rhein ist zwar schön zum grillen aber jetzt im Winter ist das so ein bisschen kalt da weil so windig ach was für goldenen Herbst nein hups so haben wir ungewollt einmal ein bisschen das Gemüse geschenkt so geht immer noch und das bleibt auch im Video weil aus Prinzip nein das glüht jetzt durch so da gibt schon richtig Power füllen füllen und füllen 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 ist gleich fertig. Sobald das aufhört so zu brennen, dann können wir die ersten Bürstchen draufschmeißen, dann sind wir gleich fertig. Leckerchen, you have a good one!